Die Stationen des Kreuzweges. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr, du hast gesagt, wer mein Jünger sein will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Wir wollen uns jetzt bemühen, deinem Leidensweg zu folgen. Lass in unserer Seele lebendig werden, was du für uns alle gelitten hast. Wir bereuen und wir bitten um Vergebung. Lasse uns die Kraft erflehen, unser Kreuz zu tragen. Der Weg auf Golgotha soll uns lehren und erkennen lassen, wie sehr du uns liebst. Aus dieser Erkenntnis versuchen wir die Kraft zu schöpfen, die unseren Willen befähigen kann, deinem Vorbild zu folgen. Amen. Jesus wird zum Tod vor Ort verurteilt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Grüße seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist Gebennedeit unter den Frauen, und Gebennedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Herr Jesus, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Jesus nimmt das Kreuz auf seine Schultern. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Grüße seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist Gebennedeit unter den Frauen, und Gebennedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Herr Jesus, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Jesus fällt ein erstes Mal. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Grüße seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist Gebennedeit unter den Frauen, und Gebennedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Herr Jesus, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Jesus begegnet deiner Mutter. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Herr Jesus, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Simon von Zerene hilft Jesus das Kreuz tragen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Herr Jesus, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Veronika reicht Jesus das Schweißtuch. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Herr Jesus, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Jesus fällt zum dritten Mal. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Herr Jesus, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Jesus begegnet den weinenden Frauen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Herr Jesus, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Jesus fällt zum dritten Mal. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Herr Jesus, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Jesus wird deiner Kleider beraubt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Herr Jesus, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Jesus wird ans Kreuz genagelt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Grüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Herr Jesus, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Jesus stirbt am Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Grüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Herr Jesus, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Jesus wird vom Kreuz abgenommen, in den Schoß deiner Mutter gelegt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Grüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Herr Jesus, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Jesu Leichnam wird ins Grab gelegt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Grüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Herr Jesus, erbarme dich über uns und über die ganze Welt. Jesus, unser Herr und Bruder, der Golgotha-Weg ist zu Ende. Der Kreuzweg aber geht weiter in den unzähligen Leiden der Menschheit und Schöpfung. In den täglichen Nachrichten sehen wir bittere Not, hören wir schreckliche Botschaften. Die Fragen werden nicht verstummen. Warum so viel Leid? Warum ich? Warum greift Gott nicht ein? Doch unser Glaube sagt, die von Gott erschaffene Welt ist erlöst. Wir glauben, der Tod ist überwunden. Denn du, Jesus, gekreuzigter und auferstandener, leidest und lebst mit uns heute. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.